Herzlich Willkommen, eure Freunde! Zurück zu Minecraft Dungeons! Gestern haben wir die gruselige Gruft gemacht. Heute werden wir den Nassensumpf machen. Ähm, wir haben zwölf. Heißt, 22 sollte schon machbar sein heute, oder? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon, ich glaub schon. Oh, hier scheinen es wohl viele Hexen zu geben. Okay, ist ja klar beim Nassensumpf. Wer hätte es auch anders erwartet? Äh, Jududu. Sehen wir da schon Slime auch? Cool. Dann hätten wir es im Piraten-Schild. Bin mal gespannt, ob das irgendwas hier zu bedeuten hat. Yeah. Fiel vergessen, hab ich noch weiter raus des Geldes geschaut. Oh, das war's mit dem, äh, Piraten-Schild. Hexen lebt tief in diesem düsteren Sumpf. Sie brauen aller Art Tränke, um den Erz Illiger und seine stetig wachsende Armee noch stärker zu machen. Wenn du diese Hexen nicht findest und besiegst, wächst die Stärke der Illiger ins Unermessliche. Doch sei auf der Hut. Im Sumpf lauern viele Schrecken. Okay, ich bin aber, ich bin bereit gegen die Hexen vorzudringen. Denn, mich nennt man nicht umsonst. Der Exa. Ach ja, stimmt. Oh Gott. Habe ich Schaden bekommen? Nee, gut. Ich bekomme dadurch zum Glück keinen Schaden. Ist hier hinten was? Außer Wasser. Nee. Okay. Wir können natürlich nur eben hier gucken. Nee, da ist aber wirklich nichts. Okay. Ach, da war auch Wasser. Wow. Wow. Alter. Äh, ey. Ach nee. Oh nein, ich will das nicht ausrüsten. Hallo. Ach Mann, ey. Hallo, Leute. Habt ihr mich vermisst? Oder kennt ihr mich gar nicht mehr? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass man mich, den Großmeister, einfach nicht kennt. Ja, das holen wir uns mal her. Wir gehen nochmal. Ah, cool. Leute. Er stirbt einfach von alleine. Okay. Wee, Feuer. Komm nur her. Ich mach gar nichts mehr. Wee, Feuer. Ups. Upsla. Upsla. Ja, so war das nicht geplant, Leute. So war das nicht geplant. Ach, der ist auch... Oh, ich dachte, der kommt mal da rüber. Hahaha. Also so oft bin ich, glaube ich, noch nicht gestorben. Wie hier jetzt. Wie, Feuer. Kommt her. Kommt her. Hahaha. Ihr seid ja doof. Und so kommt ihr denn durchs Feuer. Mann, 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 Mann. Oh. Ich wollte das schmeißen. Bam. Und haben sogar noch ein TNT bekommen. Cool. So, bleibt mal da. Sehr schön. Sehr schön. Äh, ich denke rechts geht... Rechts geht's nicht weiter. Sondern links. Uh, 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 uh. Achso, stimmt. Ich hab ja auch noch einen Bogen, ne? Den hab ich ja schon ganz vergessen. Hui. Feuer. Bam. Quatsch. Mal machen wir erst dich weg hier. Dann eher... Seid ihr ja kein Problem für mich. Hi. Hui. Feuer. Aha. Traust dich wohl nicht zu mir? Ich verstehe. Und jetzt? Auch nicht? Oh. Oh Gott. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir erhofft hat. Habe. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir kriegen das hin hier. Ne. Weg mit dir. Äh. Ich wollte Feuer machen. Bam. Okay. Dann fängt er so. Hier unten müssten nur noch welche sein, oder? Oder waren wir hier jetzt? Achso, da waren wir jetzt schon überall. Okay. Dann gehen wir links her. Ah ja, stimmt. Wir können ja laufen. Ich werde zweimal... Oh. Oh mein Gott. Hexen. 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 Die vergiften mich ja. Ne. Weg. Weg. Komm. Super. Ach Gott, ey. Das waren die ersten Hexen, Leute. So, aber eigentlich ist das ja hier alles kein Problem. Und den können wir auch ruckti, zuckti wegmachen. Die mache ich damit weg. Was bist du? Bist du ein Bogen-Typ? Ja. So. Hihihihi. Alter, Junge, bleib bitte stehen. Und weg. Super. Sehr gut. Sehr gut. Ach ne, feel good. Feel good. Weg, weg, weg mit euch hier. Zerschmettern. Ich zerschmetter euch alle. Alle. Da sind... Ne, ich... Oh Mann, ich wollte ja eigentlich die Dings haben. So, weg. Dann machen wir das so. Dann haben wir einen gefährlicheren Gegner. Weil der ist natürlich auch kein Problem für uns. Oh, der hat überlebt. Ich auch. Den haben wir aber. Oh, den Bogen-Typ wegmachen. So. Nice. Jetzt können wir wieder das Schwert auspacken. Okay. Gleich warten wir da mal ganz kurz. Wir haben ja gleich Dings. So, Y und bam. Und hier. Hui. Feuer. Okay, weg mit dir. Gut, der ist auch weg. Oh, da hinten scheint aber Party zu sein, ne? Machen wir mal so hier. Da. Der ist weg. Sehr, sehr gut. Bisschen Feuer. Hier, Kopf verbrennen. Super. Super. Ne, da gehen wir noch nicht her. Wir gehen erstmal hier unten her. Was ist das denn da? Okay, irgendein Käfig. Sehr interessant. Wir... Wir haben noch nicht... Ah, warte. Hier. Hier kann man nach rechts. Da ist auf jeden Fall Nebel, aber... Ich trau mich da nicht hin, Leute. Ne. Ne, das trau ich mich nicht. So, Karte kannst wieder weg. So. Oh Gott. Kommen die von da unten? Von da oben runter? Oder wie ist das? Ne, scheint nicht so... Oh. Noch eine Hexe. Den haben wir... Ich glaube, die Hexe haben wir nicht getroffen. Oh Gott. Die können sich ja heilen. Was ist da hier? Es hat gerade wieder kurz gelegt. So. Oh. Pfeile sind immer gut. Äh... Äh... B. Und... So. Weg mit dir. Und B. Oh Gott. Der eine hat überlebt. Das ist natürlich nicht so... Äh... 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 Was mit dir, Slime? Tschüss von mir. Oh Gott. Ich hatte kurz Angst. Kurz Angst gehabt. Ob ihr mir was tut oder nicht. Oh. Uh. Uh. Eine Rüstung. Äh... Wir machen mal... Boah. Ihr seid echt schnell. So. Aber einen kriegen wir hin. So. Weg mit dir. Und dann B. Ah. Ich hätte ganz gerne die Rüstung da. Oh Gott. Feuer. Eine Beschwerungsrobe. Okay. Bam Bam Bam. Oh ein Trank. Natürlich sehr cool. Ich möchte mal ganz kurz hier... Gucken. Zwölf. 46 Gesundheit. 45. Warte. Faktor Ablenkzeit. 15. Oh. Ne. Ne. Oh Gott. Komm. Geh da baden. Wieder noch? Ne. Ne. Die ist weg. Die ist glaube ich weg. So. Okay. Ich hole mir... Ich hole mir das... Die... Hier. Hier. Hexys. Hier. Hexys. Oh Gott, ich glaube ich stecke hier unten fest oder? Ne, sehr gut. So, können wir essen. Ah, da bin ich nochmal ganz gut rausgekommen. Jetzt nicht so. Oh Gott. Äh, bam bam bam. Am liebsten würde ich dich da schon weg haben. Hallo? Weg mit dir. So, kleiner Slime hier. Oh, ne Armbus. Ne bessere. Oh, ne legendäre. Das ist auch cool. Gucken wir uns gleich an. Ah, nachdem wir hier etwas Ruhe haben. Haben wir jetzt ein bisschen Ruhe hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich kriege hier irgendwie ein Bild. Oh Gott. Äh, 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 äh. Ach komm. So. Oh, 23. Oh, super. Können wir dich auf jeden Fall verwerten. Und hier verzaubern. Mehrfachschuss. Überladung. Kraft. Oh, alles cool. Hm. Mehrfachschuss. Mehrfachschuss. Ich glaube ich finde Überladung besser. Haben wir nur einen? Einen haben wir tatsächlich. Auslöserwahrscheinlichkeit. Sprengschuss. Oh. Oh. Oh, ich glaube ich nehme das. Sprengung. Hört sich sehr gut an. Zeig mal her, hier. Okay, konnten wir noch nicht so unter Beweis stellen. Oh Gott, sind da oben wieder viele. A, B. Okay. So. Eins. Zwei. Drei. Ah. Ah. Cool. Dann explodier mal. Achso, ich muss den, glaube ich. Nö. Ich, ich weiß nicht mehr wie man die explodiert. Bekommt. Hab ich jetzt hier. Verlernt. Okay. Zwischendurch explodieren die mal. Weg mit dir. Ja. Du auch. So, ihr Slimeys hier. Geht natürlich auch weg. Hm. Leute. Ich möchte mal eben ganz, ganz kurz hier mal nachgucken was hier ist. Mir scheint aber tatsächlich gar nichts. Gar nichts zu sein. Schade. Weg. Weg mit euch. Dann gehen wir mal hier runter. Oh Gott. Den hab ich nicht. Den hab ich zu spät gesehen. Oh Gott. So. Hexys. Ich hoffe ihr seid weg. Ich hoffe ihr seid weg. Oh Gott. Hahaha. Du passt hier nicht durch. Okay. Jetzt passt du durch. Aber du kommst nicht zum Angriff. Oh. Da ist ja jemand. Äh. Einfach dich hier und danach euch. Da nach euch. Da nach euch. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Geschafft. Geschafft. Da ist noch einer. So. Weg damit. Finde den Kessel. Okay. Oh. Der ist selbst explodiert. Drei. Vier. Fünf. So in etwa. So. So. Weg mit dir. Mein Arm tut weh. Ich hab heute. Brustmuskelübungen gemacht. Und jetzt. hab ich glaube ich schon den Muskelkater tatsächlich. So. Das machen wir auch noch weg. So. Perfekt. Aber was denn hier hinten? Achso. Ne. Da war der Anfang. Okay. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Da war echt nichts ne? Ne. Da ist echt nichts. Äh. So. Dann. Hier konnte ich nichts machen. Wir haben keinen Fähigkeitenpunkt. Dich können wir noch verwerten. Haben wir wieder einen. Ah. Guck mal. Hier. Wär ich angegriffen oder was? Rasend. Neh. Das hier. Neh. Werde ich nicht. Okay. Aua. Ich weiß grad nicht wie ich mich hinlegen soll. Ich würde echt weh. Wirklich weh. Mann. 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 Oh, in der Höhle. Aber wieso sehen wir die Höhle denn schon komplett? Auf der Karte. Also rechts. Oh, warte. Hier geht es ja zum Hauptweg. Dann gehen wir erstmal andersrum. Und wir haben hier irgendwie noch nichts gefunden, ne? Keine Truhe. Ach, Geheimnisse gibt es hier nicht. Okay. Ist auch gut zu wissen. Ja. Haben wir wieder sowas. Bam. Ah, ich habe abgewehrt hier. Ja, gegen die Minislims ist ja kein Thema hier. Macht das Licht? Oh jo. Ja, ein bisschen. Ach, das war es hier unten schon? Loy. Als ob. Als ob das ist. Es war hier unten echt schon alles. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. So, dann gehen wir hierher. Oh. Äh, bam. Und hopp. Ah. Da haben wir Edgar. Edgar ist mega cool. Warte, da sind wir hier. Deswegen. Hallo Edgar. Oh. Ich, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich muss Edgar finden. Oh nein, Edgar. Edgar ist nur da. Sehr gut, sehr gut. So, danke, danke. Ey. Bam. So, hier, bitteschön. Oh Gott. Feuer, Feuer, Feuer. Mach mal schön. Uh, 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 uh. War einfach Feuer hier überall hin. Oh, kacke. Das war natürlich sehr, sehr schlau von ihm. Feuer. Oh Gott. Uh, 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 uh. Heilung. Ja, stimmt. Ich kann ja schnell laufen. Habe ich ja. Hä? Ich wollte R machen. Äh, B. Und, X. Ui. Muss er hin. Ist er weg? Und, da ist er. Da ist er ja schon wieder. X. Hi, 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 hi. Und, bam. Oh. Und, bam. Und. Weg, 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 weg. Ich meine, so, so kann man ihn auch besiegen. Au, aua, aua, aua. Ah. Wir müssen ihn gleich sogar schon haben. Au, 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 au. Oh Gott. Ich bin hier lecker. Aber, den haben wir jetzt. Den haben wir jetzt. Ach, den haben wir jetzt. Ach Gott, ey. Äh, na, männer, ey. So, was haben wir bekommen? Wir haben einen Erntner. Wird er eingesetzt? Entfeste der Erntesehnen in einer Explosion. Äh, okay. Können wir gleich mal ausprobieren. Oh, 16. 16 ist super. So, dann kannst du nämlich weg. Verwerten. Und A auch verwerten. Du kannst eigentlich auch weg. 2 mal brauchen wir dir nicht. Verzaubern. Gesundheits-Synergie. Oh. Das Artefakt. Äh, das ist das Gesundheits- Oh, das ist cool. Schein, so wenn du... Ah, okay. Aber ich finde das eigentlich schon besser hier. dass wir durch Artefakte ein bisschen Heilung wiederbekommen. Finde ich ganz praktisch. Hier war nichts. Stimmt, ich bin da hier schon einmal durchgelaufen. Da war ja was. So, weg mit dir. Oh, Trank. Den nehme ich gerne. Äh, ah ne. Oh, oh, keine Pfeile mehr. Oh. Okay. Dann. B. Also, B habe ich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, was das jetzt hier gemacht hat. Aber. Weil nicht. Was ist das, was hier? Sehen wir dann. Hä, da auch nicht? Habe ich hier was übersehen? Ich glaube, ich habe hier was übersehen, Leute. Ah. Ah, hier lang. Oh, oh. Da ist ein Creeper. Oh, Creeper ist weg. Super. Jetzt geht es mir wieder besser. So. Haha. Oh. Ich habe Pfeile bekommen. Naja. Die sollte ich mir vielleicht besser aufbewahren. Äh. B. B. Also, ich. Also, was B jetzt hier wirklich großartig macht, das ist mir noch eine Rätsel hier. Aber irgendwas wird es dann schon machen. Wir gehen mal eben hier her. Hier geht es auch noch entlang. Ach, dann kommt man wieder hier hoch. Okay. Ah. Ah. So. Okay. Dann. Laufen wir mal. Tü. Tü. Tü, 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 tü. Oh nein, Skeletten. Bam. unten war nichts glaube ich zwei skeletons hier ich habe x geduld ich habe x geduld ich weiß selber nicht was das jetzt war hier hier bitte schön bitte bitte schön okay da kann ich nicht drauf okay kommt dann greift ihr euch auch an wenn ihr das unbedingt wollt dann mein gott ich bin erst mal hier lang die kleine ist nämlich leicht zu besiegen hier hat man gelebt daher geht es gleich auf jeden fall ich mach kein feuer mehr vielleicht habe ich sogar den schaden gemacht okay nicht so wirklich da war aber jetzt hier eine explosion oh gott seelenhilfe okay okay sehr gut sehr sehr gut so wieder bisschen heilung hier haben wir noch eine kiste habe ich irgendeine kiste vielleicht übersehen nee habe ich nicht seltsam ist der dungeon noch so groß oder was na hallo äh bam ich bin mal gespannt weil so viele pfeile haben wir gar nicht mehr und sie machen ganz schön was ey okay ah kacke trifft nicht bam komm einer weniger einer weniger ist ja schon super okay trifft nicht da müssen wir hier oh gott out of feile oh 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 müssen wir ganz kurz hier warten und bam oh gott er lebt immer noch jetzt aber komm 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 ach danke einer ist weg nur noch der da so dann laufen wir einmal vorbei warten nochmal ein bisschen vielleicht reicht das auch nee reicht nicht aber ey ein zwei bam ein zwei bam ein zwei bam und bam also ein zwei ein zwei bam ein zwei bam ein zwei bam ja er macht ein bisschen zu viel Schaden deswegen werde ich das ja so machen hier denn anders geht es gerade nicht wir haben es ja gleich wir haben es gleich Leute wir haben es hoffentlich gleich so jetzt kann ich einmal drauf gehen weil wir haben wieder einen Trank so eben weg ein zwei bam und bam okay 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 so komm jetzt aber hier danke 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 puh so oh gott äh geh mal bitte weg danke hier haben wir noch einen den haben wir aber auch block easy besiegt so das haben wir auch so jetzt noch dich hier so super nochmal ein paar Pfeile hier haben wir noch eine Vase cool oh eine Truhe ist auch sehr gut und damit nichts okay dann war es das glaube ich mit diesem Dungeon oder ich glaube schon hier geht es nicht weiter gut ah okay es war es war wohl doch noch nicht so alles denn oh gut ah das kriege ich aber hier super oh ne oh ne oh ne eine Hexe so Wasser geh mal bitte weg Hexe danke der da schläft okay er schläft nicht mehr oh hier weg mit dir weg mit dem Trick das sind wieder ein Piratenschild ich weiß noch nicht ganz was die Piratenschilder hier machen aber das finden wir bestimmt irgendwann raus wieso der Ort hier so Piraten verseucht ist so ach Gott sind das wieder viele kleine hier aber die machen alle keinen also weiß nicht ob die vier Schaden machen ich finde ich kommt es so vor als ob die nicht ganz so viel Schaden machen okay das haben wir eigentlich ganz gut ganz gut gelöst hier da geht es auch nicht weiter dann mache ich erstmal euch hier platt und dann dich oder dich hier natürlich so gehen wir einmal hier oben her da oben ist nämlich was so ah da oben ist noch eine Kiste ha 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 ich hab sie gesehen äh ach so eine Vase ist ja auch noch äh eher ne ja ja ich hab jetzt fast schon wieder vergessen wie das geht das ist keine legendäre schade aber cool dass wir schon mal eine legendäre eine legendäre Waffe haben oh hier ist ein Zelt Platz Vorräte Ok nehmen wir natürlich mit hier haben wir jetzt noch ein paar Bäm und weg mit dir uh noch ne Kiste oh Gott es sind aber viele hier oh nein muss man eben hier weg und die Hexe da besiegen da jetzt kann man auch den Rest hier besiegen oh was haben wir hier oh Dörche oh Dörche was ist denn hier passiert ah ne ich war das ach so oh ich hab aus Versehen äh B gedrückt die ganze Zeit und war richtig verwirrt richtig verwirrt äh bam und du auch weg die Dörche 19 19 ist ja viel die Dörche die können wir mal im nächsten Part testen wie die sind aber dann werde ich auf jeden Fall noch meine meinen Schwert noch behalten zur Sicherheit falls die Dörche nicht ganz so cool sind wie ich es mir erhoffe oh ich mag Regen so da gehen wir gleich also runter ah mit TNT mit TNT ist es ja nicht ganz so schlimm so die sind nämlich alle explodiert und die Kiste juge ich mir auch noch danke nochmal TNT bekommen kommt hier nochmal ein Kampf oder war es das ja natürlich kommt da noch ein Kampf da ist der Ilijar der böse Ilijar achso ok dann schmeiß ich das mal da hin oh Gott ich darf ja nicht hier drin stehen uhuhuhu das war das war oh Gott ich bin gestorben ok einfach Aspen ok wir leben noch wir leben noch und wir müssen diesen Kessel da besiegen diesen bösen Kessel hier und oh mein Gott macht das Eis hier viel Schaden ok ich muss laufen ich muss laufen oh Gott es war daneben es war daneben Leute es war daneben ah dieses Slimes kann ich euch auch alle einzeln besiegen oh Gott das dauert aber lange hier ey ja 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 ist ja gut hier Leute ist ja gut oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott mach lieber Ferienkampf oh bringt gar nichts oder von hier von hier Ferienkampf oh aber oh Gott Junge Junge ich brauche ey 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 bitte danke und bam ein 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 haben wir ein haben wir ich weiß nicht wie oft die da rauskommen ja gut oh Gott so zwei also ich glaube ich glaube es bringt fast gar nichts gegen sie hier überhaupt großartig zu kämpfen oh komplett daneben ja geilo geilo oh mein Gott ey lasst mich mal hier ich brauche mal ganz kurz die Regenerationszeit okay danke äh so hier können wir wissen okay ich würde gerne da in der Mitte okay hat nicht so ganz so gut geklappt alter ihr seid ihr seid ihr seid viel zufrieden hülse hülse ah guck mal ich hätte noch so eine so ein Ding so bitteschön wir müssen einmal herun kommen aua aua oh Gott ich brauche L L L bitte einmal oh 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 L danke L hat mich hier wieder ein bisschen gerettet weg mit dir L hat mich gerettet so wir können wieder einmal die machen so oh Leute ich muss hier ein bisschen aufpassen denn großartig können wir nicht viel machen gerade im Moment außer warten weil von hier oben kann ich nicht schießen ne das geht nicht okay okay ich kann wieder so bam das können wir auch nochmal hier das werden glaube ich nicht weniger so oh Gott die kommen wieder alle hier her so einmal laufen und Y bitte bam aua 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 oh Gott ich gehe da schon hier relativ taktisch hier gerade ran an die Sache so konnte ich nochmal gut gut Schaden drücken so oh Gott daneben oh ich habe den da hinten getroffen den wollte ich gar nicht drauf treffen oh peng 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 oh Gott aua sind sie schon wieder hallo 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 und hier peng oh nein daneben kacke äh oh 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 ha 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 ja 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 Leute ja ja Leute wieso wieso seid ihr auch so viele hä wieso seid ihr so viele ich weiß es nicht ich verstehe es auch nicht ja ihr könnt auch eins gegen eins machen ja da hätte ich überhaupt kein Problem mit aber hier gegen 80 dieser Schleimdinger hier ja jetzt ist er hier wieder wucher wucher wer hat das denn hier erfunden ne so komm schieß nochmal alle danke dann kann ich nämlich einmal zumindest drauf schießen oh hab den hab wahrscheinlich den falschen getroffen so einmal wieder laufen bam wieder einen Schaden gemacht geil ich bin einfach super gut heute da ist irgendwas gestorben ach guck mal hier mich trifft gerade nichts das ist sehr gut hi 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 geschafft nice alter Schwede oh noch eine legendary hm ich guck mir die mal kurz an der hat aber nur 19 ach ne einzigartig also auch einzigartig 26 mal 5 fernkampfschaden halb Musikinstrument aber komplett tödliche Waffe der Hafen kann ganz allein über Wohl und Wehle der Gruppe entscheiden ok du kannst auf jeden Fall weg so du kannst auch weg ich würde die ganz gerne mal ausprobieren wenn ich ehrlich bin 3 mal 3 fernkampf oh was machst du du machst ok also du kannst auf jeden Fall weg dich würde ich mal ganz gerne hier ausprobieren ah oh das ist natürlich auch sehr cool tatsächlich das sind nämlich dann achso 30 macht ihr dann ne aber 3 mal 30 ich nehme trotzdem die ich nehme trotzdem dich dich kann ich bestimmt nochmal verzaubern hier bitteschön sehr gut sehr gut so wir haben glaube ich nichts übersehen ne ne sehr gut gut hier ist der Ausgang Leute das war jetzt ein harter Bosskampf Leute das kann ich aber sagen ja ich hoffe ich hoffe reise nach Lager das haben wir uns jetzt aber auch verdient 87 achso besiegte Kreaturen nur 54 was fehlt uns denn alles das ist keine Ahnung Leute das weiß ich jetzt auch nicht kommt mir gar nicht so viel vor aber naja wir haben eigentlich schon relativ viel weggemacht finde ich na 22er Angel cool dann kann der Rest der Angeln weg oder was hier weg mit dir super cool Leute dann würde ich sagen wir gehen nächstes Mal zu den Kürbisweiden und machen da dann weiter ne dann würde ich sagen bis dann euer Kamito haut rein ciao ciao